Vektoren sind nicht nur bei der Beschreibung geometrischer Sachverhalte in der Mathematik von Bedeutung. Auch in der Physik werden Vektoren zum Untersuchen von Kräften oder der Geschwindigkeitskomponenten von Flugkurven genutzt. Deshalb schauen wir uns jetzt an, welche Eigenschaften Vektoren besitzen und wir mit diesen umgehen. Viel Spaß! Grundsätzlich beschreibt ein Vektor eine Klasse von parallelgleichen Pfeilen. Das bedeutet, dass ein Vektor unendlich viele Pfeile beschreibt, die alle dieselben Eigenschaften besitzen. Im Bild kannst du solch eine Klasse von parallelgleichen Pfeilen sehen, die allesamt durch denselben Vektor beschrieben werden. Diese sind alle identisch in Bezug auf ihre Eigenschaften, jedoch beginnen sie an unterschiedlichen Stellen und durch eine Parallelverschiebung würden sie exakt übereinander liegen. Die drei Eigenschaften eines Vektors sind seine Richtung, sein Richtungssinn und seinen Betrag. Durch die Richtung wird beschrieben, wie seine Lage im Koordinatensystem relativ zu den Achsen ist. Im Bild kannst du beispielhaft Vektoren sehen, die verschiedene Richtungen haben. Zwei Vektoren, welche exakt dieselbe Richtung haben, sind parallel. Wohin die Pfeilspitze der Vektoren zeigt, spielt hingegen für die Richtung der Vektoren keine Rolle. Es mag uns zwar wenig intuitiv vorkommen, aber diese beiden Vektoren mit gegensätzlichen Pfeilspitzen haben dieselbe Richtung. Die Pfeilspitze bestimmt nämlich den Richtungssinn, also die Orientierung des Vektors. Der Richtungssinn ist daher bei den beiden Vektoren verschieden. Zudem können zwei Vektoren nur denselben Richtungssinn haben, wenn auch die Richtung identisch ist. Der Richtungssinn legt also fest, an welchem Ende die Pfeilspitze platziert ist. Der Betrag eines Vektors beschreibt im zwei- und dreidimensionalen Raum dessen Länge. Vektoren mit unterschiedlicher Richtung können daher den gleichen Betrag haben. Während in der Geometrie ein Vektor eine Klasse von parallelgleichen Pfeilen beschreibt, ist dieser arithmetisch gesehen ein Zahlentupel mit fester Länge. Das bedeutet, dass die Anzahl der Koordinaten, also die Dimension eines Vektors, nicht einfach verändert werden kann. In der Informatik wird dieses Zahlentupel auch als Array bezeichnet. Die einzelnen Zahlen des Tupels haben dabei eine bestimmte Reihenfolge. Sie sind geordnet. Es ist daher von Bedeutung, an welcher Stelle eine Zahl des Vektors, also des Zahlentupels, steht. Vektoren werden mit Buchstaben bezeichnet, über welchen ein Pfeilsymbol geschrieben wird. Mögliche Bezeichnungen sind dementsprechend A für den Vektor A oder PQ für den Vektor, der den Pfeil zwischen den Punkten P und Q beschreibt. Die Werte des Zahlentupels, also des Vektors, werden auf verschiedene Weisen in Klammern geschrieben. Einerseits können diese horizontal oder vertikal notiert werden. Je nach Größe bzw. Dimension des Vektors werden entsprechend viele Zahlen in die Klammern geschrieben. Um zu verstehen, wie der Pfeil eines Vektors aus den Werten des Zahlentupels entsteht, betrachten wir beispielhaft einen Vektor in der Ebene. Im Bild siehst du den Vektor V mit den Koordinaten 2, 3. Die erste Koordinate, also 2, beschreibt die Verschiebung der Pfeilspitze des Vektors in x-Richtung. In diesem Falle zwei Einheiten nach rechts. Die zweite Koordinate, in diesem Beispiel 3, beschreibt hingegen die Verschiebung in y-Richtung. Hier würde die bereits verschobene Pfeilspitze noch drei Einheiten nach oben verschoben werden. Um bei der riesigen Anzahl von verschiedenen Vektoren nicht den Überblick zu verlieren, bietet es sich an, bestimmte Begriffe zu nutzen, um Vektoren bestimmten Arten zuzuordnen. Ein Ortsvektor ist der Vektor, der dieselben Koordinaten wie der beschriebene Punkt besitzt. Solch ein Vektor beschreibt den Pfeil, der vom Koordinatenursprung aus zum jeweiligen Punkt zeigt. Der Ortsvektor vom Punkt P2, 2 hätte somit den Namen und die Koordinaten OP2, 2. Ein Einheitsvektor bezeichnet wiederum ein Vektor mit dem Betrag 1. Dieser beschreibt die Richtung und den Richtungssinn des jeweiligen Vektors. Der Unterschied liegt nur in der Länge, die hier 1 beträgt. Um das zu veranschaulichen, betrachten wir den Vektor A, 0,3, dessen Einheitsvektor wäre in diesem Fall E, 0,1, da dieser in dieselbe Richtung zeigt, jedoch genau die Länge 1 besitzt. Der Nullvektor ist der Vektor O, 0,0. Er ist zugleich der Ortsvektor des Koordinatenursprungs. Zuletzt kann man zu jedem Vektor einen entgegengesetzten Vektor, also den Gegenvektor bilden. Dieser besitzt dann dieselbe Richtung, hat aber den entgegengesetzten Richtungssinn. Wir berechnen den Gegenvektor eines Vektors, indem wir jede Koordinate mit minus 1 multiplizieren. Dadurch entsteht das Zahlentupel des Gegenvektors. Der Gegenvektor von g 3, 8 wäre somit g' minus 3, minus 8. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.